Hallöchen Leute! Willkommen zu einer Runde Endergames hier auf meinem Kanal und wir haben mal sehen, was wir so reißen können. Aber eigentlich haben wir ganz gute Sachen rausbekommen. Ja, ich spiele mit dem Schinken-Kit, weil das das einzige Kit ist, das ich bisher habe im guten Endergames. Ähm, ja. Und das ist, denke ich, auch ein ziemlich starkes Kit. Also, mal sehen, was wir so reißen können. Warum sage ich das jetzt die ganze Zeit? Wir spielen mit dem Poxari-Pack, weil es nice ist. Und ein Faithful-Edit. Und Faithful mag ich. Das sind die Gründe, wieso ich das Poxari-Pack benutze. Oh, wir haben sogar einen Regenerationstrank. Das ist echt nice. Und Vergiftung. Aber damit werde ich mich wahrscheinlich selber auch vergiften. Wie lange? 33 Sekunden. Also, das ist echt nice. Ähm, 23 Spieler. Einer ist also schon geläftet. Hm, hier ist eine Ender-Chest. Und Zaubertisch. Wir haben vier Dias. Ähm, ich könnte theoretisch, wenn ich schnell genug wäre, zu einem Baum rennen. Ja. Holz holen. Dias-Schwert machen, zum Zaubertisch zurückrennen und dann direkt mein Dias-Schwert verzaubern. Das wäre voll cool. Aber so schnell bin ich leider nicht. Deswegen bauen wir hier uns einfach kurz schnell Holz ab und, ja, machen es halt auf die etwas langsamere Art. Aber hier ist noch eine Ender-Chest, die möchte ich noch kurz aufhören. Gut, da war ja nichts Gutes drin. Ähm, okay. Wir haben ein bisschen Abstand. Einfach mal hoffen, damit ich jetzt nicht direkt verkacke. Und dann, äh, Dias-Schwert schon mal auch unseres. Goldschuh auch. Hm. Dann können wir hier zu dem... Oh, lag. Oh mein Gott, der ist ja schon fast voll-equipped. Aber der hier war es nicht. Und deswegen haben wir den bekommen. Das war Glück. Nur Glück, sonst nichts. Okay. Hm, wir können uns noch kein neues Rüstungsteil machen. Schade. Das ist wieder eine Ender-Chest und eigentlich müsste ich auch gleich geportet werden. Schade, dass ich den Block nicht mehr bekommen habe. Hm. Der nächste ist... Da oben irgendwo. Okay, ich habe ziemlich nice Sachen. Und der ist hier irgendwo. Da hinten. Equip. Machbar. Hat er überhaupt Equip? Ja, der hat überhaupt kein Equip. Machbar. Und etwa sogar. Blut, damit ich überhaupt noch weitergeschlagen habe. Egal, jetzt muss ich mir erst mal Rüstung machen. Boah, ich habe richtig viele Blöcke von dem einem Typen, das ich einfach hochbauen wollte. Neue Schuhe. Und eine Hose. Okay. Bisher läuft es. Zwei Kills. Wo können wir hier auch noch mit reinnehmen? Jetzt bei Ender-Games ist bei mir eh nicht so wichtig. Oh mein Gott, ich wäre da beinahe reingefallen. Okay, mal nachgucken. Der nächste Gegner. Jetzt nicht so weit empfand. Ich wollte die Ender-Panke noch mit reinnehmen. Da hinten ist er. Ist auch wieder machbar. Der kommt jetzt. Ach komm, es erscheint ein Lappen. Ich pop mich mal lieber weg. Und ich glaube, er wurde auch getauscht. Nein, da ist das Ende der Web-Map. Oh mein Gott. Auch wenn das nur so ein Lappen ist. Drei Kills. Oh. Und jetzt auch wieder ein Ender-Haken. Scheiße. Kann ich sehen. Oh mein Gott. Regeneration, hilf mir. Oh mein Gott, Alter. So viel. Wieso wollen die sich einfach nur hochbauen? Stig ab, fucker. Ich habe mehr wie genug Holst, glaube ich. Oh, da liegt ein Goldapfel. Nice. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Alles Essen kann eigentlich weg. Ich bin Schinken. Ich brauche kein Essen. Oh. Okay, wie viel Leben noch? Zwei Spieler. Ist schon Finale. Oh Mann, da ist bestimmt Ender-Haken. Aber egal. Vier Kills ist auf jeden Fall nice. Gucken, wie weit ist der weg? Oh, 200 Blöcke. Gut, dann kann ich mich auch erstmal mit einer Perle in die Richtung werfen. Einen Goldapfel habe ich auch. Aber ich weiß nicht, ob bei Schinken ist ein Goldapfel eigentlich nicht so gut. Weil du bekommst dann nicht so schnell Hunger. Und dann kann ich ja die Fähigkeit nicht benutzen. Habe ich letztens mal bemerkt. Okay, das ist wirklich der. Nein, ich wollte das nicht essen. Scheiße. YOLO. Der Braus bleibt mich jetzt auch noch, oder wie? Oh, ne. Gut. Gut, nicht gut. Was zum? Hat er jetzt auch hier eine Ender-Palle gehabt? Ich weiß nicht. Die Vergiftung hält viel zu lang an. Oh Mann, das wird jetzt ein blöder Tod, aber... Egal. Wir haben trotzdem vier Kills gemacht. Von daher, Chi-Chi, das war die Runde. Ciao.